Wo ist er denn eigentlich jetzt? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Oben. Fiona? Kommt nicht. Fiona! Jetzt versteckt sie sich. Nichts zu hören, ne? Fiona, Mädchen, komm doch mal zu uns. Fiona! Fiona! Na, also. Und wo habt ihr sie her? Wo haben wir sie her, Claudia? Internet. Internet. Da geht das, ja? Was geht? Na, dass man da sowas findet. Zum Arbeiten. Hast du das vorher auch schon mal gemacht? Nein. Nein? Gurke. Immer die Linie lang. So. Und du hast es hoch. Dann geht alles raus. Mach mal. Ich hab ne neue Reitbeteiligung. Was hast du? Ne neue Reitbeteiligung. Reitbeteiligung? Ja, ich reite jetzt auf dem anderen Pferd. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Verdammt! Haut ab! Beide! Abhauen! Nicole! 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 Nicole!